Oh nein! Danke dir. Nicht zu danken. Ich bin Savannah. John. Freut mich, dich kennenzulernen. Zwei gemeinsame Wochen. Mehr brauchte es nicht. Zwei Wochen, um mich in dich zu verlieben. Special Forces, huh? Ja, Sir. Ah, du bist auf Urlaub. Ich hoffe, du amüsierst dich gut. Ja. Ich denke schon. Heute ist Vollmond. Eigentlich ist es egal, wo du bist. Er ist nie größer als dein Daumen. Hey, Dad, ich möchte dir jemanden vorstellen. Ich mag deinen Dad. Er liebt dich. Auch wenn du anderer Meinung bist. Ich muss wieder zurück. Wie, einfach so? Und wo werden sie dich hinschicken? Mit dem Rhein in das Ganze? Also, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder. Lieber John, erzähl mir alles. Schreib alles auf. So sind wir immer zusammen, auch wenn wir getrennt sind. Heute ist Vollmond. Das lässt mich ja nicht denken. Am anderen Ende der Welt. Brief Nummer 8. Brief Nummer 33. Lieber John. Du fehlst mir so sehr, dass es wehtun. Alles, was ich will, ist so lange wie nur möglich, hier bei dir zu sein. Aber sag mir, wie kann ich... In zwölf Monaten kann viel passieren, John. Heute Nacht bist du hier bei mir. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Cheers.